Herzlich Willkommen hier in Berlin. Was wir hier sehen, ist eine Anlage für den Entwicklungsmaßstab, für R&D oder auch für die Klinikmusterfertigung. Wenn man sich das mal anschaut, haben wir hier deutlich verstärkte Rotorkonstruktionen mit druckvollen Säulen, die 120 Kilo Newton Presskräfte abhaben können, was deutlich über dem ist, was man so normalerweise sieht. Es ist uns gelungen, hier in Berlin unsere Innovation Days nun auch nach der langen Corona-Zeit abhalten zu können. Wir haben dazu Kunden eingeladen, die wir unter höchsten Corona-Sicherheitsbestimmungen bei uns in kleinen Gruppen durch die Firma führen. Wir haben die Corona-Zeit genutzt natürlich, um unsere technischen Entwicklungen weiter voranzutreiben. auf einen Moment nach dem Nein, das ist1. Dorach rozt, untertitel, untertitelt die Firma zu